moin herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge let's play ls 17 aufer nordfriesischen marsch vierfach map 19 ohne gräben ja was machen wir wir sind dabei feld 26 so die letzten reste anzusehen und der wird hier gleich probleme kriegen wir das hier gleich nicht schaffen den deich hoch zu kommen natürlich soll er auch gar nicht eigentlich will er auch gar nicht doch oder wohl cool macht da keine probleme er ist aber eh gleich leer noch zwei prozent saat gut das heißt ich kann dabei bleiben kann mir das angucken und kann ihm dann gleich frisches saatgut zuführen feld 5 ist fertig wir können umsetzen zu feld 6 das mache ich gleich aber erst gucke ich mir hier an wie er hier den anfang wieder schafft und dann fülle ich den eben auf alles schick jetzt ist er gleich leer so jetzt ist er leer jetzt holen wir ihn auf mein radlader steht da kann hier abladen jetzt gehen wir gleich mal gucken ob wir da einfach nur sagen müssen weiter fahren aber das kann eigentlich nicht also ich habe mir heute im augen extra noch ein tutorial von experience angeguckt und da hat er auch einen wartepunkt da gesetzt verstehe ich nicht aber egal muss ja nicht alles verstehen das überladen geht ja echt schön schnell also dieser absetz rahmen das war echt mit der beste tipp den ich hier aus der community von euch bekommen habe den als überladewagen zu nutzen für saatgut und dünger hammer echt cool so 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 Manchmal sollte man auch mal hingucken, was man macht und nicht nebenbei auf dem Handy rumtippen. No. So, ja, kümmer ich mich gleich drum. Erst bin ich noch neugierig, was passiert, wenn ich jetzt weiterfahren sage. Nix. Toll. Ätzend, ätzend. So, ja, kümmer. So, der Axion 900 sollte aufgetankt werden. Ja, das kann ich gleich machen, wenn er da fertig ist. Ich hab ja Sprit am Hühnerhof, dann kann ich ja tanken. So. 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 Okay. So. So. Die Ecken machen wir noch schön. Soll ja hier auch schon noch etwas aussehen. Okay, die Ecken. Die Ecke hier ist sauber. Kann ich gar nicht hinfahren brauchen. Und die Ecke hier auch. Also Feld 6. Die Ecke. 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 Ich fahre jetzt hier einmal tanken, den 800er kümmer ich mich gleich drum, wenn der hier hier auftankt, oh man, Mando, ja, Fahrrad lassen, das geht. So, dann können wir mit dem da einsteigen. Was wir hier ausmachen? Ja. 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 So. Dann fahren wir mal weiter. So, der war an. Ja. Ja. Dann setze ich den jetzt mal hier auf Feld 8 an, dass er da anfängt auszusäen. Feld 12 macht ja hier schon der Johnny und er kann dann einfach übersetzen zu Feld 9. Das ist ja überhaupt kein Thema. Ja, da fährt er. Ja. 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 Und ja, schaltet vor allem morgen da ein. Das ist viel, viel wichtiger. So, Feld 8. Da müssen wir noch schon was haben. Feld 8. Sehr gut. Da haben wir auch schon was. Es klappt das mit dem Ausklappen nicht, ne? Nicht schön, aber selten. Gut. Wir schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich sag mal, ciao.